Ich mag nicht die Hände, okay? Ja dann raus mit dem! Willst du echt? Ja, ist witzig. Wirklich? Jaaa! Ok. Cross Bridge. Limp, 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 limp. Wieso steige ich hin? Wieso steige ich hin? Das ist so schnell. Ach so. Komm mal, komm mal. Ach so! Ich bin besser als du. Ich bin besser als du. Ich bin besser als du. Wieso? Peekaboo! Das ist es. Ich gehe nach dem Weg. Incoming car. Sven! Was ist denn? Ich bin besser als du. Oho! Sie sind ein bisschen unten lassen. Shit! Er wird uns spazieren, Mann! Rass dich. Bleib auf dem Kopf. Du hast es zu knacken, Mann! Du besser auf den Kopf stecken! Fahr ihn um den Ollen! Wer ist das? Wer ist in dem Auto? Du bist 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 in dem Auto? Warum kriegst du denn hoch? Was ist das? Du bist in dem Auto? Du bist in dem Auto? Warum bleiben Sie denn unten? Ich war doch unten! Ich war doch unten! Bleib stehen! Warum ist er so weit hinten? Ich denke, ich sehe einen Kliff auf meiner Hand. Hör auf! Ich liebe dich! Oh, der hat mir einen Arm gerissen. Dumm dumm. Oh, ich hab den Hund getreten. Geflogen bin ich. Ja, junger Gott. Der Taster! Limp! 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 Gelimpf die Götter haben wir. Meine Herren. Die Limpgötter. Die Limpgötter. Die Limpgötter hatten keine Chance. Als dober Mann. Oh, shit! Dammit! Almost herde! Almost herde! West Virginia! Blue Ridge Mountains! Limp! Limp! Was ist das? Ich bin frei. 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 Das ist was ich gesagt. Das ist die Sache. Ich bin frei. 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 Das ist nicht. Das wird nicht passieren. Aber hör auf! Ich muss mit ihm sprechen. Du hast es? Das ist wichtig. Du musst du das hören. Ich bin frei. 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 Was ist das? Leo ist aus der Prisdung. Was? Ich habe gerade den Anruf. Was? Er ist nicht tot, dass er tot ist? Der Mann hat sich verletzt. Er hat sich getötet. Der Mann hat sich getötet. Das ist gut für nichts. Ich bin frei, Boss. Schau, Sean. Du musst ihn finden. Okay? Ja, aber ich bin nicht sicher, dass die Leute, die wir haben, sind... Das ist mein Problem. Du musst ihn finden. Du hast es? Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie. Mach es einfach passieren. Ja, Boss. Also, hast du entschieden? Ja. Preis auf, oder kein Deal? Okay. Kein Deal. Alter. Okay. Gut. Ist halt kein Deal, ne? Ja. Leider. Blöd gelaufen. Ich sag's mal so, ne? Bisschen schwund ist immer. Bisschen schwund ist immer, ja, ja. Ja, ja, ja. Hm. Ach nee, ich muss kurz... Moment. Oh, Ausgabe. Wieso kann ich das nicht einstellen? Aus den Bären töten? Aus den Bären töten. Was? Das ist natürlich irgerlich. Moment, Moment. Ja. Was ist denn da? Ich werde dir wissen, ob ich ein Burger-Jointe finde. Ja, du mach das. Alter, du bist vieler gekommen. Ich bin vor, du, Ruff. Oh, wie wunderschön. Ist das auch mit dem unechten Motor, äh, entwickelt worden? Äh, möglich. Ist das mit dem unechten Motor 5? Ja, ich bin vorhin. Da ist es bis heute. Aber ja, krass, dass du das hier so durchsiehst. Ja, du siehst halt schon... Ja, gut. Ich habe meine Dings, meine Grafikeinstellung runtergestellt wegen, äh, Spielabstürzen. Deswegen sieht es bei mir nicht so gut aus. Limp? Limp? Du hast es. Ja, ich habe es. Warte, warte, warte. Warte, warte. Da ist ein Camp unten. Ja, aber es sieht leer. Ja, du bist wahrscheinlich richtig. Schauen wir es mal. Vielleicht gibt es etwas da. Okay. Crack. 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 Einfach, Chris, stay clear. Und da sind Fische drüben. Du gehst zu campen, Vincent? Ein paar Mal, als ich ein Kind war. Der alte Mann? Nein, mein Onkel eigentlich. Und du magst es? Ja. Wer warst du außerhalb auf der kohlen, harten Grange, wenn du ein perfekt guter Bett hast? Du schaust in einer 9x5-Runde mit Bars, doch. Du hast das richtig gemacht. Aber wirklich. Warum risk es? Risk was? Wild animals. Bugs. No civilization. No toilet paper. Fresh air. No one bugging you. Cooking over a fire. It ain't all bad. Maybe not. Still. No toilets. Well, that's the charm with it. Hm. I bet I can make a spear with this. Ah. Limp, 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 limp. Guck mal, ich jag die alle vor mir her. Ich jag sie zu dir und du spieß sie auch. Limpf Fischbär. Ach, digger. Digga, der eine verschwiegt ja weg. Das ist ja wirklich quasi ein kröbeles. Limpf Fischbär. Limpf Fischbär. Limpf Fischbär. Limpf Fischbär. Limpf Wild. Die sind einfach die hinter dir. The only goal. Ich stehe... Plholes auf. E-Mail steht und du splash die dann in mich rein. ja so ja nicht geht ja nicht ich werde etwas mehr Holz für das Feuer ich werde etwas mehr Holz für das Feuer ich werde Leo hier helfen, um mir zu helfen ich werde etwas Holz finden ich werde etwas Holz finden ich werde etwas Holz finden das ist fantastisch jetzt können wir beide hast du einen gefangen weil die alle da waren allesamt ist jetzt einfach nur hinterher okay das ist nicht schwierig dachte wir müssen das taktisch macht sich zusammen machen ja keiner wissen dass du so ein run gun mensch ist ja gleich schweißige modern warfare spieler so ein scheiß was wie bitte schießt das sind nichts für mich ich weiß schweißig das ist schweißig 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 auf schweißig Ich hoffe. Ich hoffe, ich muss wissen, was die Geschichte mit Harvey ist. Okay? Okay. Ich war ein normaler Mann, mit einem langweiligen Bank. Ein Tag, mein Bruder bringt einen neuen Klienten. Harvey. Ich denke. Geld verdient. Ja. Geld war einfach. Aber Harvey ist immer wieder zu kommen. Wie immer kurz zu sehen. Wow, that's fucking rough man. Yeah. Sorry. So what's your story with Harvey? You fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Ah, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Hey. Du scheiß Pussy, du. Hey, hey, hey. What what? What what? Oh, 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 oh. Uh, 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 uh. Los! Hey, hey! Oh, now we can't run. Ah, now. What are you implying? Well, how should I put it? You're kinda uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. You know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. There's a house over there. Let's check it out. Ach, echt? Nee. Fake. Danke für die Info. Fuck nicht. Come on, help me. Limp. Limp. Ah, es ist nicht so fest, irgendwie. Für unsere arme Zitter. Nee, irgendwie, es löst sich nicht, Sven. Es ist fest genagelt. Es löst sich nicht. Da kann man halt wohl nix machen. Come on, man. Tschüss. Du bist ein bisschen mehr rückeln. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ja, ich habe es. Ja. Jawoll, der Nagel ist losgegangen. Ja. Wenn das Spiel nicht schwer ist, machen wir es jetzt lieber selber schwer. Aber wir haben es doch auch ultra schwer, oder? Hast du es runtergestellt? Was? Hast du es runtergestellt? Oder haben wir es auch schwer? Ja. 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 Das ist ein Wack, Leo. Was noch mal haben? Aber trotzdem, du bist so sicher. Ich meine, das könnte auch leer sein werden. Du hörst das? Ja. Ich glaube. Wir müssen eigentlich mal Dings spielen. Farming Simulator. Wir kommen hier nicht rüber. Wieso sollten wir Farming Simulator spielen? Das hört sich nach dem langweiligsten Game ever an. Das ist so witzig. Ja, du fütterst einfach die scheiß Kuh. Ja, man muss auch ein bisschen Freude haben, wovor wir wieder eingepusen werden. Was hältst du davon, wenn wir die Leiter holen? Du hast die Leiter, du hast die Leiter, du hast die Leiter. Bitte die Fresse, Alter. Du hast die Leiter, äh! Du hast die Leiter, du hast die Leiter. Wer hat die Leiter rausgebracht? Wer hat die Leiter rausgebracht? Wer hat die Leiter? Ja, wir lassen sie los. Moin Gaul! Einer nach, zwei zu gehen. Ja, wir lassen sie alle frei. Was ist das? Ich glaube. Aber es ist schön gestalten. Nämlich, ich werde das aber rutsch. Ja! Aber wir müssen die Dore noch öffnen. Wart mal auf. Komm, geht los! Jetzt müssen wir zusammen aufmachen? Jetzt müssen wir einfach... Freer your lead, jetzt! Get out of here! Klapp, 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 klapp! Hm... Na, das wird nicht funktionieren. Vielleicht das wird funktionieren. Start moving, dammit! Nein, nicht laut genug. Klapp, 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 klapp. Das ist ja oben, irgendwas runter, oder? Mit Wummischer? Hey, Leo. This might make enough noise. Ja! Limp! 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 Drück doch schon mal, ne? Ist doch so stark, ne? Kannste den Workout heute sparen. Huh! 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 The horses are escaping, honey! Oh dear! Didn't we lock the barn? Of course I did! Come on, let's go! Na dann! Scheiße, wenn man Demenz hat, hm! Hm! Jetzt müssen sie retner den Geulen hinterher, dann toll! See? I told you! Yeah! Ja! Let's just hope these horses keep running. They will. Herr übrigens das Mario Kart Problem. Was? Ich guck immer auf den falschen Bildschirm. Lass doch seine Schottern mitnehmen. Was? Wo ich gerade hinrenne. Oh, er ist sie mitgenommen. Oh, ich kann Banjo spielen. Ah, hi. Ist das Team? Nein? Mach extrem. Nein? Mach extrem. Ach du Scheiße! Junge, was denkst du wer ich bin? was? Der ist sie ganz ehrlich. Nimm sie doch mit, nimm sie doch mit! Nimm sie doch mit! hey das ist mir zu schnell alter versuch das mal jess versuch mal banjo auf extrem zu spielen ja das wird ja auch mal eine waffe handy shotgun kommt in handy geh mal weg jetzt geh mal banjo spielen auf wasseitest du? extreme? extreme weg gesundheit ach mit zwei, drei oh verdammt wenn nur die selbäden wären, wäre es so komfortabel ich habe immer diese Art soviel gefunden fast da verdammt ich dachte das ist evil hackmech vor allem dieses drei zwei eins eins kann ich nicht, das ist übel dumm das muss einer der neuen fancy modellen huh? ich müsste ziemlich gut sein steuer jetzt oh, verdammt verdammt fast da verdammt 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 verdammt